Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft. Genau, jetzt hört es mich auch besser an. Ich habe mich auch auf dem Ohr und nicht irgendwie komischerweise, dass der Sound trotzdem aus dem Computer kam. Und das war ein bisschen komisch. Hat man ja doppelt Aufnahmen gehabt. Äh, massiv doppelt. Die Musik gehabt. Hat sie ja, ähm, hier aufgenommen mit, aus den Spiele-Sound. Und hätte da natürlich noch den Spiele-Sound auf meiner, äh, hier, Tonspur vom Spach, die ich mischig muss. Ach ja, ist das cool. So, ähm, ach ja, Kaimau musste leider gehen, also das Schild Kaimau musste gehen. Musste ich leider wegmachen. Jetzt löscht mich die ganze Zeit hier von unten das, ähm, Telefon so an. Das ist echt ein bisschen wie ich sie sehen. Aber, wo habe ich sonst eine Stoppuhr? Auf einer Poppuhr vielleicht? Hm, das wäre möglich. So, erstmal schrauben wir uns jetzt erstmal schön hier in die Höhe. Hm, jetzt frage ich mich, in der Zwischenzeit hauptsächlich ein bisschen zu übertrieben war, aber... Nö, überhaupt nicht übertrieben. Mal gucken, wir gucken uns mal uns am Ende an, wie es am Ende wirkt. Ich hoffe doch, dass es zumindest noch was aussieht. Machen wir es jetzt einfach so hier. Ich glaube, das muss erst mal reichen jetzt, hm? Zuerst ja, umso niedriger werden die Frames. Die Frames. Die Frames. Die Friendly Frames. Friendly Frames, das sind Friendly Frames. Die sind Friendly halt. Ich weiß nicht was Friendly Frames sind, aber... Die sind normalerweise Friendly halt. Wenn es nicht Friendly waren, wären es ja... Egelhafte Arschkampen Frames. So, wissen wir es am Hafen, habe ich auch Offscreen getan. Auch nicht wirklich viel, weil wie gesagt... Ich habe nicht so viel Zeit dafür, um hier stundenlang eine Bausession zu starten. Ich weiß nicht mehr, bevor die Tür noch weit an dem Stadort zum Aufbau ist, kannst du ja auch mal... Hier, ich sag schon, das alles ein bisschen... Bebasteln, ähm... Bequatschen und halt alles sowieso daran nutzen. Also bis da hoch wird es gehen. Ich weiß mich gerade, ob es gleich ein bisschen übertrieben geworden ist. Keineswegs... Keineswegs... Wieder runter... Boah, jetzt haben wir erstmal die Frames gerade ein bisschen... Die bisschen wieder klarkommen, dass ich hier oben rumpf... Rumsiegel... Muss auch... Hey... Hey... Schön hoch, äh... Hoch, hoch... Das Ding hat mich sehr kaputt einfach. Nicht einfach, ganz einfach. Treppen zu uns manchmal nicht ganz. Einfach... Auf allen Dingen. Buh... 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 Sonst geht es auch so schnell wieder die Tastensperre rein irgendwie, aber wenn du das mal willst, dann geht es nicht irgendwie. So, so weiter wollte ich es nicht ziehen. Boah, boah, warum stößt? Das ist ein Tag, aber nur wenn ich aufnehme, stößt mir irgendwas auf. Hier geht es hoch, geht es hoch, geht es hoch, geht es hoch. So, das Ding wollte ich nicht zerstören. Das zerstören, den Baum hier auf jeden Fall zu sch- Hm, nee, ich glaube wir wissen. Schauen wir uns weiter nach vorne und hey, was war denn das jetzt, was hab ich denn jetzt, was hab ich denn jetzt schreiben. Machen wir mal, wissen wenigstens. Pfff, ey, du Drecksaufmerde. Gucken, wann da Shizu-Mann man mal mitmacht, das weiß man heutzutage. Und Shizu, wenn du das hier siehst, ich grüße dich. Nicht. Wie beim letzten Mal. Frag mich einfach mal, warum ist das so hoch? Ich glaube, da fehlt mir einfach der Stein, oder? Ist noch ein Baufehler drin, ne? Achso, das stimmt, da hab ich erst das da. Deswegen sieht es so grubig aus. Pfff, ich schau ja schon auf. Entschuldigung. Die Baum einfach hier weiter, wo es Winkel wird. Okay. Ähm, bitte gehen Sie. Kuh, gehen Sie. Kuhlibert. Oh, Mann. Smulavski. All das sind Namen dieser Kuh. Der wahre Name bleibt für immer geheim. All der wahre Name. Tja. Schaffen wir jetzt mal ein bisschen besser gewappnet mit der Treppe. So, warte, wenn wir das nicht mehr wegmachen. Das sieht mir schon besser aus. Ja. Bye and bye. Bye and bye. There's a better home away. Ja. Ja. In the sky. In the sky. Au. Bleh. Dann machen wir die Steine hier wieder und sehen, dass wir es so weit nach vorne sind. Das ist ein halbwegser Weg. Ein halbwegser Weg. Es gibt leider keine Stichel. Stichel. Ja. Ach, die gibt es ja auch. Warum nutzen wir da nicht die Stufen? Die sind doch eher mehr, oder? Und wieder ab ins Wasser. Ja. Ähm, mein Mut, danke auch dafür, dass du wieder kaputt gegangen bist. Ich mag dich auch. Hey! So. Das Zerstören mag alles kaputt machen. Sage mal. Warum ist heute nicht mehr eine Stärke? Mit sprechen auch nicht, Entschuldigung. Alles gut, das ist nie meine Stärke. So. So. Ich werde langsam blind, das wird grau. Timeset 0. Ich mag nur beim Tag bauen, sonst hat mir die Wörter-Gewerkstatt auf dem Kopf. Oh. Hier geht nämlich der Weg hoch. Der Weg, und dann würde ich oben demnächst dann mal das Bürgermeisterhaus stehen. Alter, ein langer Weg bis hier runter. Aber näher. Machen wir hier nochmal das Ding hier zu. Ich weiß nicht, ich mache, glaube ich, nur eine Folge wieder. Damit der Blutfall nicht so einsteigen kann demnächst. Nämlich halt immer knapp kurz vorher auf. Hey. Danke. Danke. Untermann, nachdem wir das fertig gezogen haben, weit die Folge fortgeschritten ist. Ich kann dir drüben noch zeigen, was beim Trüben passiert ist. Äh, beim Trüben passiert ist auf der Hafen. Aber erstmal gucken, wir laufen hier vor. Da haben wir noch genug Zeit. Ist doch schön. Die Frage, wenn wir die Treppe weitermachen. Naja, die geht jetzt mal jetzt hier hoch. Die muss ja noch verkleidet werden von außen, genau wie die Brücke halt auch noch verkleidet werden muss. So, dann wäre hier oben irgendwann mal das, ähm, das lag schon. Wenn wir hier rossiert drauf, Feuer. Ne Feuerzeug, das kann weg erstmal. Hier sind noch viel zu viele Bäume. Die ziehen wir erstmal an. Die auch irgendwann wechseln, weil dann war Baufläche oben freigeräumt. Ich will wieder runter, Mann. Lass mich runter. Das ist das Spiel. Warte ich auch nicht. Hallo, ich komm. Ah, sag mal. Was ist denn jetzt hier los? Weil nur noch Feuer, Feuer. Feuer. Geil. Oder das tut mir schon auch noch wegbrennen. So, brennen. Brennen. Brennen, brennt. Schwein, ja brennt. Ja, brennen. Ja, brennen. So, gehen wir hier auf Stein und Sachen wieder. Mh. 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 Stein ziehen, Stein ziehen, Stein ziehen, doch sickes Stein zieht, die gab es auch. Obst, haben wir ein großer Tool? Oh, die kommen also nicht. Glaube ich zumindest. Also bisher geht erst mal eh das Ding. Ich weiß nicht, ob wir das dann so eingefasst machen wollen. Aber ich glaube, wir gucken es. Nein. Ich weiß es noch nicht genau, wie ich es mache. Wir fassen aber erst mal, dass es hier einen noch, weil da eh noch was sind. Für mich gibt es nicht so viel zu bauen. Da können wir noch mal kurz vorgucken. Okay, wir können ja okay, mal kurz vorgucken. Kann man noch zu verbauen, aber der ist wirklich ein bisschen weiter hier. Oh, wir sind zu weit gebaut. Ich frage, ob man es so lässt oder ob man da noch so... Ich glaube, wobei, das lassen wir ja, ob es so hier, wollte ich sagen. Nicht nur das Wetter auch. Nicht nur das Wetter auch. Also nicht nur das Wetter auch. Das Wetter will uns ein Streich durch die Rechnung machen. Und das hier weg holen. Das hier wegholen, dann können wir die Rundfläche freiräumt für das Bürgermeister, aber das steht noch so oben. So, dann können wir das Zöcke weglassen. Pruden Terraforming mit 3P. Ne, macht noch nichts gesehen. Ich dachte, das ist noch was gesehen von der neu gebauten Küsschen. Ne, aber so viel ist jetzt auch nicht. Ach, sowieso. Ich denke, sowieso. Oh, sowieso ist es passiert, aber eigentlich... Ich würde das hier mal alles wegläuben. Das kann weg, Dukun weg. Das koppelt Dingskontro weg. Oh, jeden Mensch mehr. So, machen wir mal jetzt drauf. Ähm... Sollte ich ein bisschen vorsichtiger agieren, wenn ich noch vorab wollen zu verpausen. Schlag nehme ich alles, ja gut. Den, den Riebio. So. Ja, dann kommt hier halt irgendwann das Außen noch. Hm, eigentlich müssen wir noch eins tiefer gehen, wenn wir hier auf der Höhe sind. Dann machen wir das nochmal. Da noch ein bisschen... Da, 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 da... Da, 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 da... Ähäh, wir fliegen wollen. Ja, das ist auch was, was wir Hoffnung dazu. die Anfänge Zollstiege sind schon mal rausgezogen aber ich sage es ist nicht viel das tut euch nicht begeistert sage ich gleich so, es ist nicht viel das meiste wird dir wahrscheinlich eh hier in der Ausnahme passieren in der Ausnahme passt ich dabei das ist viel hey das soll ich manchmal und weg und das noch so jetzt haben wir nämlich das alles auf einer Höhe komm mal hier runter hopp 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 eh ach fliege machen wir das muss euch an der Seite noch ein bisschen verschönern weil es sieht ja trotzdem von alleine nicht wirklich schön aus wenn der Morsehund auf der Erde durchschimmert das muss man auch nicht unbedingt machen ich gerade aber im Notfall geht auch das ja wir sagen wir fast das weiter trotzdem entliegt deine Ein aber musst du auch nicht unbedingt ja spiel wenn du das nicht willst und dann schnell hier hochlaufen und dann das ist eine sehr treppenmessliche Folge ich denke wenn ich die ich so gebohrt hätte hätte ich da gar nicht hochrennen können und wieder runter die Treppe und wieder hoch die Treppe ähm soll es doch langsamer angehen so sieht doch ganz gut aus dass die Treppe guck mal die ist hoch das muss man auch zubauen das gerät äh da ist ja noch ein Holzgruppel Schissholzgruppel ja mal liegt dann haben wir hier noch so ein Seitentor rein da hier ist ja so ein kleiner seitentor das kleine Abenddorf macht dass man hier quasi so einen kleinen Slumbereich kommt der hier so ein bisschen unten liegt hier auch abgeschirmt ist ja so was ist denn da ich sage das ist ja keine Stadtmauer das ist ja nur eine hygienische Stadtmauer weil Stadtmauer kriegt es statt nicht denn da es eine Handelsmittel und Pol ist so alles schön weg gemacht und Orientierung verloren genau das ist immer gut Orientierung verlieren finde ich immer gut so dann sind wir hier oben dann geht es nämlich hier dann müssen wir auch noch eine Baufläche hier oben schaffen mit viel Erde dann geht es hier runter in eine brandgerodete die man schon vielleicht halbwegs merkt eh da da weg auch ganz schön ganz gerodet hier alles tut ja ich bin mal ein bisschen hier auch noch durch ein bisschen ach hinten brennt es immer noch ein bisschen ähm was ist was ist okay ich glaube da ist das Licht die Belichtung von von den Feuern ist glaube ich ein bisschen buggy weil das leuchtet quasi immer noch wie so ein Feuer aber da ist ja kein Feuer mehr aber sehr gut wenn das so funktioniert aber naja ich will sie mal beim nächsten Mal ist es dann wieder weg so dann sind hier noch ein paar Gruppelfichtenholzdinger übrig ne die machen wir nochmal fix weg ja genau jetzt sieht man nämlich auch was hier passiert ist hier oder hier ein bisschen weggefackelt um noch mehr Baufläche zu schaffen sieht man ja schon sieht man ja schon was wo wir äh was wo wir jetzt sind wo wir jetzt sind ja und jetzt links sieht man es ja schon hier ist der Affenreich von Barsch hier ist ja mal ein Leuchtturm da ist auch so eine kleine so einen kleinen Ministeg entstanden und das ist jetzt hier quasi der Weg der geht jetzt hier durch und gehen wir mal kurz hier hin das ist quasi jetzt hier so eine kleine Treppe nach oben hätte man jetzt glaube ich nicht erwartet hier oben ist dann so ein kleiner Bereich wo man dann halt drunter blicken kann time time äh hallo time set day genau hier kann man dann oben kommt ein bisschen häuser hin und sowas ne so ein kleiner weiß ich das halt wieder verknüpft wieder irgendwann kann man halt oben lang kommen kann man halt abkürzen wenn man nicht die Hauptgruppe unternehmen wir müssen da raus pfff Entschuldigung weil hier ist ja dann der Bereich ja wie gesagt hier der Tunnel ist halt neu entstanden ich gesagt hab da so ein Tunnel jetzt da rüber hier ist dann äh Kaimauer inzwischen ist halt soweit fertig hier die ist jetzt komplett hier und dann ab hier ist dann der richtige Kaimauer hier geht dann dieses Holzgebilde raus und hier für die kleinen Schiff die kommen halt hier rein die gehen dann noch da und da so kleine Anlegerstellen und hier ist dann quasi so ein kleiner Bachüberblick kommt dann noch hin und hier oben wenn ich noch nicht ganz zufrieden mit den Farben ich sag kommt dann ein Leuchtturm hin ansonsten weiß ich nicht hier hinten wird bestimmt noch irgendwas sein was klein ist vielleicht schon eine kleine Werfel oder so die Schiffe bauen dann müssen die Toren nach draußen geschickt werden das wäre ja ganz cool muss ich sagen aber oh wenn ich hier so lange fliege sehe ich noch extrem viele Holzlöpsler die müssen wir vielleicht mal ein bisschen abbauen oder was sagt Uhr bei 20 Minuten dann dann müssen wir uns auch so langsam hier zur Ruhe einkehren lassen da ist noch ein Holz ich will noch die Holzgruppe weg also die Holzüberbläbsel ich will es noch fix wegreißen dumm weg weg da ist noch einer äh danke das ist die Erde aber das kann auch weg und da ist er noch da genau jetzt ist das auch weg so das Bild hier muss auch irgendwie noch ein bisschen beschönert werden beschönert ja genau da sieht man ja wohin das geht der Stadt es wird eine relativ große Stadtfläche aber die Stadt soll auch nicht so ganz dicht bebaut sind es soll mehr so Einzelhäuser mit viel Grün auch zwischendrin werden aber wie es am Ende erst wird das sehen wir dann ja beim nächsten Mal wenn es wieder heißt Minecraft Geil wir bauen Barsch bis dahin tschüss das ist das ist es ist die Stadt